Moin, ich bin Jochen Flessner, Milchviehhalter und Ackerbauer aus Schleswig-Holstein. Vor 30 Jahren habe ich die Anbinderhaltung in unserem Kuhstall umgestellt auf den Laufstall und seitdem haben wir stetig in mehr Tierwohl investiert. Parallel dazu haben wir auch in Siloanlagen, Güllelagerung und optimierte Ausbringung investiert und konnten somit den ökologischen Fußabdruck unserer Milchviehhaltung optimieren. Die Forderungen, die wir jetzt in Zukunft in Bezug auf Tierwohl und Nachhaltigkeit erfüllen sollen, die können wir leider über Abschreibung nicht mehr erwirtschaften. Und niemand wird investieren, wenn er die Abschreibung nicht erwirtschaften kann. Von daher sind wir angewiesen auf zügige Umsetzung und Rückendeckung in der Planung aus unserer Politik. Danke. 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 Danke.